Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part Fledder und Unmechanisch. Dies wird aber leider mit fehlerhaften Tonen dargestellt, weil die nette GEMA die Musik sperrt, die im Hintergrund läuft. Ja, es ist mir schleierhaft, warum das so ist, aber ich hoffe, euch gefällt das Video trotzdem. Natürlich werde ich da trotzdem die Kommentare und so, das werde ich alles drin lassen. Deswegen wird sich das sehr komisch anhören, weil Motorsound ist weg dann, stellenweise. Und nur meine Stimme ist zu hören, also ist halt nur meine Stimme und den Motorsound im Hintergrund zu hören. Ich hoffe, ihr könnt das verzeigen, weil, ja, meckert nicht mich aus, sondern die GEMA. Weil das ist, ja, ist sehr blöd. Ich weiß nicht, ob das nur diesen Part ist oder auch nächsten Part. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch viel Spaß bei dem, ja, viel Spaß bei dem Part und, ja. Und ich würde dann mal sagen, trotzdem viel Spaß bei dem Video und tschüss. Bombe, Downtown 1. Und nach der, nach Entkommen der Bombe machen wir erstmal wieder ein Rennen. Downtown 1. Downtown 1. Mit welchem Auto? Ja, Leute, ich bin gerade ruhig. Nein. Nein. Leute Das ist das schlimmste Auto, was es gibt Das ist die schlimmste Leute, da finde ich keine Worte Das ist die schlimmste Aufgabe, die es hier bei FlatOut 3 gibt Das macht mich schon ganz wirrer Das ist die schlimmste Aufgabe, die es bei FlatOut Ultimate kann nicht gibt Die schlimmste, weil das Zum einen Das Auto Das Ding ist so schnell Das wäre glaube ich 400 kmh oder so Zum anderen Steuerung Das werde ich Macht euch auf sehr viele Fails gefasst Weil alter, das wird so gelitten Boah alter, danach weh, brauche ich erstmal ein Eis nachher oder so Keine Ahnung Boah, kein FlatMobil, alter Ich muss so zwei Runden schaffen, glaube ich Oder drei, keine Ahnung Noch sieht es ja ganz gut aus Der fährt auch noch nicht schnell Das fährt schon 300 und die Kurve Man muss hier echt aufpassen, wie man hier die Kurven lücken und wie schnell man fährt Was? 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 Warum? Was war das denn? Was geht? Alter, ich habe da so gekämpft Warum? Die Runde, die habe ich gehasst Silber? Ernsthaft? Alter, die Fresse, die ich gerade ziehe What the fuck? Leute, ganz ehrlich Ich habe da so lange gesessen damals Ich habe da dran so lange gesessen Bis ich mal Ja, bis ich mal Bronze hatte Oder ich weiß auch gar nicht, ob das die Runde oder eine andere war Zumindest war es mit einem FlatMobil Aber Was? Silber? Im First Try schon wieder? Was ist mit mir los heute? Was? Erfolge freigeschaltet Zerstörer Ja Das passt zu dir Ja, dass das wieder kommen muss, das verstehe ich Alter, wie Wie habe ich das gemacht? Ich habe da so gesackt immer Ich 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 Ach Ich habe ja alles geschafft, weil weiter runter geht es gar nicht Das war die Ganz ehrlich, Leute, ich habe da so lange gehangen So lange Ich habe da so lange gehangen Aber ich komme ja nicht weiter runter Also das habe ich mit 200% fertig Mit Silber, Gold, Bronze und Dann ist das Spiel ja auch bald wieder durch Aber wegen dem einen Wegen dem FlatMobil Scheiß Habe ich das nie durchgespielt gekriegt Nie Überhaupt nicht Und das ist das erste Mal im letzten Video, dass ich das durchspiele So, jetzt müssen wir noch mal Rennen machen Mit dem beschissenen Auto Oh Mann, der Motor Sound hätte ich mir so auf den Sack gehen Na gut Alter Ich überlege mir schon, was ich als nächstes spiele, aber ich weiß es auch nicht Ich mache erst mal Mortal Channel 1 Äh, ja Wie habe ich das denn gemacht? Wie krank Nein, der Motor Sound Der ist doch super Der Motor Sound Der ist nicht super, der ist super scheiße, ist der Alter Der tankt vielleicht super Aber Wegen super bleifrei und so Wegen Treibstoff und so, aber Alter Das ist doch nicht super, das ist eine Krankheit Dieser Sound Das ist so ekelhaft einfach Das geht gar nicht Kann man die vielleicht ein bisschen lauter machen? Weil ich fürchte, dass das Let's Play nicht hörbar ist Wenn man Pferd und Musik und so Juhu Warn Ach ja, das ist doch kein Rennen, das ist ja Haaa Scheiße Oh oh Ich sehe mich schon das nochmal machen, mein Gott Oh, das war knapp Eins, zwei, drei, vier Wegen 75 Millisekunden, aber ja gut Habe ich selber schuld Mein nochmal Mein nochmal Da bereich mir kein Zack Wobei ich keine Krone aufhabe Aaaaaa Sooo Juhuuu Waaaaa 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 Das ist eine Scheiße Warum fällt der eigentlich, der Container Wieso fällt der eigentlich von alleine runter? Was haben die Wie schlampig haben die Bauarbeiter denn da gebaut? Ich meine, ich kann auch Bug sein oder so, keine Ahnung, aber Das habe ich mir ein bisschen bemängelt Gehated zwar nicht gerade, aber Boah Fand ich immer komisch Waaaaa Drei Yeah, so muss das So wollte ich das Super Naja Sag nichts Ich weiß, dass du es hätte Dass du es besser Hätte machen könnt Hättest machen können Ja Brauchen wir nur noch die Rennen machen Das ist ja Das ist ein Traum Naja Obwohl Ich habe ja die anderen Dinge auch noch nicht gemacht Ich will mal kurz das Auto wechseln gerade Einsteigen Weil ich habe die Derbys, die habe ich ja auch noch nicht gemacht Also Hier die ganzen Teile hier Die Werden wir zum Schluss machen Einfach Wenn ich die Rennen gemacht habe Und Du kannst das doch auch wechseln, tauschen und so Einmal rennen, einmal das Mal rennen, so wie du es vorher hattest Ja Ich 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 mache lieber eins, denn Es Wäre besser Diese dumme Karre einfach Ich Ich freue mich schon, diese zu wechseln einfach Weil Alter Das ist so krank, Alter So Rennen Straßenbahn Street Twilight Cup Schon wieder Twilight Was haben die mit Twilight, Alter? Ich mag die Filme nicht so Gerade so Vampir und so ein Scheiß Weiß ich nicht Weiß ja, da schnappe ich mir einen Dremel Setze ein Schleifding auf und mache mir selber spitze Zähne Obwohl das sehr wehtun kann Würde ich nicht empfehlen So ich werde mir nochmal ein neues Gezrenkuhn gleich Und dann geht es weiter mit Den Desert Town Und Hmm Obwohl ich Kann mich aber eilen, oder? Ne, bis drei Leute Ich mache es aus Bis drei So, da bin ich wieder Gut, dass du Pause gemacht hast, sonst hätte ich dich auch geschlagen So wie ich dich in den letzten Parts oder was? Zumindest nach 54 und 155, keine Ahnung was das war. Zwischen 54 und 56. Also Parts-mäßig. Na gut, machen wir Desert Town. Ja, sieht ja schon mal vielversprechend aus. Und der Motorsound wird sich vielversprechend an. Wie wir Rennen machen. Kann ein bisschen Scheiße machen. Na gut, in 4 Runden kann man auch ein bisschen mehr Scheiße bauen. BAM! Alter! Da stand ja noch einer, wie super. BAM! BAM! Musst du immer jeden anfahren? Ja, das macht man halt bei Flat. Also wenn einer rumsteht immer rauf da, ne? Brauchst du den... Will ich den Abonnenten noch was bieten? Alter! Juhu! Und ich möchte mich auch bedanken, dass ich mittlerweile... Ich meine, könnten eigentlich schon wieder mehr sein. Könnten. Ich will hier nichts raufbeschwören. Ähm... Was war das? Was sagst du denn? Auge steht da gerade. Naja. Ähm... Ja, könnten mehr sein. Will ich auch nicht... Beschwören oder sonst irgendwas. Ähm... Alter! Rein da! Oh verdammt! Ähm... Ja, könnten mehr sein. Ähm... Könnten ein bisschen mehr sein. Wo ich das jetzt hier sage. Weil das ist schon wieder... 4 für 5... Die... Dritte Folge. Oder die dritte Part hier oben. Weil ich kann ja nicht mehr so lange Parts machen. Weil das dauert ewig lange bis die hochgeladen sind. Deswegen kann ich auch nur 15 Minuten machen. Maximal. Von... 1080p. Weil... Ich hab ne Bananenleitung einfach. Hashtag Bananenleitung einfach. Ähm... Ja. Ja. Ich will meinen Abonnenten sehr danken, dass ich mittlerweile 37 Abonnenten habe. Vorher waren es ja 32. Was ich da... Das kommt glaube ich durch meine neue Methode! Ähm... Wo ich halt... Das Video gesehen hab und so. Was man da besser machen kann. Wie man... Ähm... Ja, Zuschauer kriegt und so. Finde ich super. Vierter. Vierter? Alter, wie weit sind die denn schon vorne? Wie weit sind die denn vorne? Was geht? Nur weil ich hier laber. Alter. Ich laber auch ziemlich viel momentan. Also... Zumindest in diesen Folgen. Oder in dieser Aufnahme. Ich weiß nicht ob das gut ist oder schlecht. Weil ich will euch ja nicht mehr... Ähm... Ja. Aber es ist besser wenn ich nichts... Wenn ich gar nichts sage. Weißt du das? Wenn ich gar nichts sage ist ja blöd. Ich kann gleich ein Walktons machen. Aber... Das gehört ja zum Display. Das Reden und... Alter... Ja komm her hier! Aaaaah! Neuuuun! Aaaaah verdammt! Weil ich ihn anfahren wollte. Das war die Strafe. Ja. Dazu sage ich nichts. Aaaaah... Dass du mir deinen Selbst dazu gibst, das weiß... Das weiß ich doch. Ja, ich will auch berühmt werden ausgesucht. Wieso berühmt, Alter? Ich habe 37 Abonnenten. Da bräuchte ich schon... Ja, weiß ich nicht. 100.000 oder... Weiß ich nicht. Also... Da fehlt noch einiges. Ungefähr... 9.960... Ähm... Das habe ich mir mal so Flops zusammengerechnet. Und... Ich bin zwar kein Mathe-Genie. Ich hasse Mathe einfach. Eigentlich. Aufbau...